Hallo, Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Gornhub. Wir schauen uns jetzt das Skript, eine größere Anzahl an Ballen kaufen, beziehungsweise im Englischen Bible Large Stack of Bails, in der Version 1.0. Das Ganze kommt vom Modder MeshMods, ist ein Skript, deswegen nur für PC und Mac verfügbar. So, was macht dieses Skript? Naja, wie es der Name gerade, der deutsche Name schon sagt, ist, es fügt die Möglichkeit hinzu, eine größere Anzahl an Ballen im LS19-Shop direkt zu kaufen. Du könntest ja sagen, ja, aber Moment, hier gibt es ja schon die Auswahl, ich kann ja 8 Stück kaufen, etc. Es gibt auch etwas Ähnliches, Vergleichbares. Jo, dieser Mod selber fügt aber nicht die Konfiguration an sich hinzu, sondern fügt komplett, also die ganzen Ballen, ihr seht es hier, alles modded, fügt da Ballen ein, die ihr dann in einer noch größeren Anzahl kaufen könnt. Und je nachdem, wie viel ihr kauft, sich da dementsprechend auch die Preise ändern. Das heißt, ihr kriegt Mengenrabatt. Beispielsweise, wir haben jetzt hier diesen Lizard großer Stapel quadratischer Grasballen. Klingt normal, 4000 Liter, 650 Euro kostet das Ganze in der Anschaffung, wie im Standard-Dings halt am Ende des Tages auch mit dazu. Nur, dass es zum Beispiel standardisiert gar kein Gras gibt, sondern nur Quader, also nur Weizen und Heu. Aber ansonsten, die Preise sind soweit mit gleich. Auch hier gibt es keine fertigen, Quader gewickelten Ballen, da gibt es halt standardgemäß nur Rundballen. So, das fügt da also schon mal hinzu, also auch neue Ballensorten. Und je nachdem, wie viel ihr hier kauft, kriegt ihr Rabatt. Maximal geht das hier bis 30, was zum Beispiel das Gras angeht. Stroh geht bis 30, auch hier die Silageballen gehen bis 30. Also alles bis 30, bei Rundballen auch. Ab nur Weizen, Weizen vor allen Dingen, Heu, Gras oder dementsprechend Stroh oder halt auch hier Silage. Also ihr könnt überall bis zu 30 Ballen kaufen. Ihr könnt die Farbe der Folie noch ändern, wenn ihr das wollt. Und ihr kriegt halt Mengenrabatt. Also bis zu 10 Einheiten kostet euch das Ganze standardisiert bei den Weizen, also Gras, Weizen und Heu. Warum sage ich immer Weizen? Stroh, aber gut, das ist Weizen. Kosten 650 Euro. Ab 10 Ballen, also über 10 Ballen, kostet euch das Ganze statt 650 nur noch 625 Euro pro Ballen. Und ab 20 Ballen kostet euch ein Ball nur noch 600 Euro. Bei den Silageballen ist das ähnlich. Bis zu 10 Einheiten kostet euch das Ganze 2200 Euro. Ab 10 Einheiten kostet euch das Ganze nur noch 2150 Euro. Und bei mehr als 20 Einheiten kostet euch das Ganze nur noch 2100 Euro. Also ihr kriegt halt am Ende des Tages einfach Mengenrabatt mit dazu. Das Ganze wird euch dann dementsprechend hier in den Optionen, wenn ihr 30 auswählt, noch mit hinzugeschrieben. Im Endeffekt kriegt ihr dann 30 Silageballen in quadratischer Form für 60.000 Euro. Könnt ihr euch ausrechnen. 30 mal 4000 Liter. Ist natürlich auch ein bisschen Cheater Rino, je nachdem auf welcher Karte ihr spielt. Aber das geht ja eher nicht darum, sondern wenn ihr mal schnell was hinzukaufen müsst, kriegt ihr halt noch Rabatt. Und deswegen ist das Skript an sich gar nicht so verkehrt. Schöne Sache, gerade auch die Idee mit dem Mengenrabatt. Ja, das ist es eigentlich auch schon gewesen. Mehr gibt es da nicht zu erklären. Nur, Log ist sauber. Könnt ihr euch also was das angeht auch bedenkenlos mit downloaden. Nun, Download-Link inklusive Bewertung wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann auch der Renne. Tschüssi, Kowski.